Hey, 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 ho, hey, ho, hier sind wir wieder und diesmal natürlich wieder bei, was spielen wir? Landwirtschafts-GTA 5 Ähm, das ist, ich würde sagen, GTA Farming spielen wir heute. Natürlich wie gewohnt mit den ganzen anderen Pappnasen hier. Hey, Nix da. Ja, Nile Lodge hier und M-M-M-M-M-M-Lina. Ja, ich will jetzt mal hier am Berg direkt hier. Ja, ich will mal wieder grubern hier. Sehmaschine anschalten, B. Da war mal wieder ein kluger Mähdrescher dran, der nicht das Schneidwerk am Schneidwerkwagen fixiert hat. Wie war das so? Ist auch unsinnig. Vielleicht senken auch noch, wäre nicht schlecht. Bei dem kurzen Teil. Senken, heben. Ja, jetzt natürlich bei mir ruckelt es ein bisschen, das ist aber, naja. Ich kann nichts dran ändern, meine 2000er Internetleitung wurde mir ein bisschen gekappt. Ich und kein Internet, dann auch weniger. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja. Oh, Meno, ich krieg noch nicht. Ja, diese Betrüger von der Telekom. Schira fahren wir da vorne ins Schneidwerk rein. Mit denen, von daher. Damit es vorgekippt, bitte. Wen soll ich denn jetzt eigentlich abfahren? Ja, mich eigentlich, aber ich bin auch unterwegs. Ich muss noch Schneidwerk reparieren. In Edi. Wo ist denn der eigentlich? 15 oder wo? Ne, da haben wir Stadt. Ne, wo du hin willst, meine ich. Aber damit ich weiß nicht. Weiß ich noch nicht, 13, oder? Ne, 15 bin ich sehen. 14, 13 da rum im Go. Ja, ich glaub, bei mir war auch schon zum Links und zum Dreschen. Ein bisschen, ja. Aber halt nur die Hälfte. Alter, das kann ja echt sein, ey. Da sind wir in der letzten Folge nicht mehr weitergekommen, da steckten wir schön mit den Treckern drin fest. Ja, weil es geregnet hat. Ja, da sind die Reifen alle durchgedreht. Weil ich weiß, ist der Eldcraft da gar nicht mehr vorangekommen und ich mit 0,4 km, ha? Ja, ich war auch 0,4. Ja, 0,4 km, ha? Ja, das ist schon. Besserung, die Idee. Ja, es war immer 0,0,4. 0,0,4. Ja, genau. Also so 0,2, ich sag mal. Ich bin am Anfang normal gefahren und dann zum Schluss war 0,0. Da bin ich auch nicht mehr vorangekommen. Also die 13, die ist ernteleit. Wie gesagt, ich bin auch beim Schneidwerk dran, da muss noch ein bisschen gedulden. War hier schön mit Warmblick anhandelt. Ja, das ist eh gut, dass bei dem... Hast du gefunden, wo du aufhören musst, ja? Nee. Komm, warten wir einfach nach. Ich häng mal kurz. Es gibt jemanden, der mir einen Kommentar angeschrieben hat, dass er nicht spielen kann, weil sobald mehrere auf seinen Multiplayer spielen, es... ...dreem leckt. Tja. Die Frage ist, hostet er das Spiel, oder? Um selber. Nee, äh, äh, er hostet es, soweit ich das verstanden habe. Hier. Und er hat mich halt gefragt, ähm, was eben Root-Server ist und wie man da zu solchen Server kommt und was ein Delicated-Server ist und so weiter. So, der Root-Server, das ist ein großer Server mit ganz viel Power, es gibt auch noch eine kleine Version, das ist der Power-Server, das sind nur wieder virtuelle Server auf einem Root-Server, mit weniger Power. Also, Root-Server bedeutet... Aber Root-Server kostet halt auch. Genau. Ja, sie stehen irgendwo, das kann man mieten, da hat man da Zugriff drauf. Viele stehen zum Beispiel am Frankfurt irgendwie, in der großen großen, genau, zieht uns auch. Ich glaube, mein V-Server müsste da auch stehen. Ja, also dein Root-Server aufs Feld. Ja, welches? Äh, 15. 15. Und Root-Server ist halt so, da hast du eine eigene Hardware, so wie man zu Hause stehen hat, einen PC. Genau, einen eigenen Rechner. Genau, und der gehört nur dir. Und ein V-Server ist halt einfach nur auf diesem PC virtuelle Maschinen gehostet, die halt nicht so viel Power besitzen. Und ein normaler... Ja, und ein Dedicated-Server. Ja, das ist die Software eigentlich. Genau, das ist zum Beispiel für LS braucht man das. Es gibt auch noch die Managed-Server, da sagst du den Typen einfach nur, was du auch rauf fahren würdest in dem Sinn und der konfiguriert die Scheiße. Und wo bekommt man das im Internet? Ach. Einfach googeln. Einfach reinschreiben, LS-Server mieten oder halt Software für... Ja, aber du brauchst halt den Passender-Server auch dazu, den Root-Server. Ja. Also man braucht auf jeden Fall einen Root-Server. Und vielleicht auch mal ein paar Kundenbewertungen durchlesen, nicht? Bei Next Besten gehen. Zum Beispiel bei Netradis dazu, da gibt es halt wohl Server, aber die sind halt... Die sind sehr teuer. Und nicht leistungsstaubend. Ich habe Zweifel. Naja, ich... Also, dort kannst du auf Anfrage, auf Ticket auch einen Root-Server kriegen, aber die sind sehr teuer, ja? Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht, so. Finde ich nicht. Genau, aber... ...einen günstigen V-Server, zum Beispiel bei... ...ein Host, wo das denn auch nie im Netz ist, vernünftig, bringt es auch nicht. Ja, warten für getestet. Ja, scheiße. Gleich warten. Nächste Runde erst. Und man muss bedenken, wenn man Dedicated Server hat, also die Software dazu, dass man auch das Spiel doppelt und dreifach braucht. Weil einmal brauchst du es für einen Client und einmal für den Server, der Server braucht genauso die Software. Und man sollte auch ein bisschen Ahnung haben, damit man es sicher gestaltet hat. Genau. Ach so, jetzt... Jetzt fällt er sein Roar aus. Aber es müsste auch von LS... Jetzt mich eingeparkt habt. Ah... Es müsste auch von LS auch so... So wie bei... Äh... ...Hostern, Server-Hostern wie bei Nitrado und sowas müsste... Dann kann man doch auch einen Server-Hosten direkt verlässt, oder nicht? Genau, ja. Das würde ich dann eher empfehlen, wenn man keine Ahnung hat von... Äh... Sicherheit oder... Klar, aber... Ich sage mal, erstens wird es teuer und zweitens die Leistung, das ist halt bei Nitrado... Ja, Nitrado, so von der Leistung her, wenn man ein bisschen Geld investiert, finde ich, ist sie gut. Also ich meine... Minecraft-Server, die, die finde ich, da könnten so ein bisschen mehr geben, aber... Ich meine, so bei... Zum Beispiel Battlefield-Server, da finde ich, sind es ausreichend. Da merke ich keine Lags. Hm... Ja, bei LS ist halt das Problem, alle so drei, vier Leute geht doch, aber wenn du da so einen 16-Slot hast und... nur 4 GearBit Arbeitsspeicher oder so, dann kannst du vergessen, wenn du da brauchst 16-Slot und das maximale Arbeitsspeicher. Ich meine, er hat halt auch geschrieben, er hat eine 50.000er-Leitung. Ja, dann sollte er aber auch selbst kosten... Eigentlich kann man vielleicht nicht schlagen genug. Ja, das ist nicht... Genau. Also, aus Gründen können halt auch sein, dass dein Rechner nicht stark genug ist, oder dass die Mitspieler, bei denen es eben... Ich glaube, bei denen leckt es halt dann. Also ich glaube eben nicht bei ihm. Und... Es ist entweder die, die eine zu schlechte Internetleitung haben, dass die das irgendwie nicht verarbeiten können, oder dass ihr Mozi-Multiplairspiel drin habt, die entweder nicht multiplair-tauglich sind, oder die irgendwelche Fehler haben. Hm. Kann man dann in der Konsole... Sehen. ...nachgucken. Was halt natürlich bei 99% der Leute leider der Fehler ist, die denken falsch. Die denken, sie haben eine 50.000er-Leitung, deswegen können sie flüssig spielen. Leider ist es so, es zieht immer die schlechteste Leitung. Weil es... Ja. Deswegen ruckelt es auch bei mir hier teilweise, weil Phil einfach zu schlechte Leitung hat. Das liegt nicht an meiner Leitung, sondern darum, weil es automatisch dann die schlechteste genommen wird. Wenn es auf dem Rootserver sitzt. Leckt es, ja. Weil... Du musst immer denken, die Daten werden zwischen allen Leuten ausgetauscht. Ich muss ja deine Daten kriegen, du meine. Weil du mir... Weil wir allein in Positionen muss ja hingebringt werden. Du kannst mir ja deine Daten nicht zu schnell liefern, weil du nur... 0,41-Bit-Upload hast. Würde ich alleine spielen, würde es wahrscheinlich nicht lecken. Ja. Deswegen sagt man ja eigentlich, eigentlich mit Leuten spielen, die gleich gute Internetleitung hat, die es am besten. Entschuldigung. Ja. Also treten der liebe Bauer Phil und Nylord jetzt aus dem Netzwerk raus. Ciao. Ja. Das war's halt jetzt hier. Macht's gut. Na klar, es hat wohl auch mit dem Rootserver zu tun. Wir spielen ein paar Leben weiter. Ja, ich hoffe, dir hat das jetzt was geholfen. Wenn nicht, auch egal. Wenn nicht, dann in die Kontrolle. Ja, wenn nicht. Ach, naja, von Snake. Ja. Ja. Aber ich denke mal, dass wissen viele nicht, was Unterschied zwischen Rootserver Vserver ist oder was und Delicator hat. Das muss ich ja damals auch erst nachlesen. Das ist nicht so einfach eigentlich, weil... Das wird auch nicht... Das wird alles so schön und gut geredet, aber... Ist es auch nicht. Zum Beispiel Vserver ist nicht... Weil Rootserver ist schon was Feiles, gell. Das ist ja... Vor allem, wenn man eine Community ist und da sagt man, man haut zusammen und man schaut, ob das man dann gut spielen kann. Minecraft zum Beispiel. Vor allem, wenn du einen guten hast, dann kannst du da auch... Ja. sagen wir mal Nitrato. Zeitsätze pro Server, damit sie nicht leckt und sowas, sagen wir mal 20 Euro. So. Und für den Preis, wenn du mehrere Server holst, kannst du ja auch einen Rootserver holen, wo alles... Auf einmal drauf ist, ja. Ja. Das nächste Mal... Das nächste Mal sagen wir gar nicht, dass wir eine Aufnahme machen, da krieg ich wahrscheinlich auch keinen Frösch im Hals. Das ist doch nicht normal, ja. Ich krieg nur grad so einen Druck im Hals irgendwo, als ob ich wieder trinken müsste. Nee, ich muss die ganze... Ich wette mit dir, wenn wir die Aufnahme fertig haben, dann ist das wieder weg. Das ist bei mir auch so. Das ist unklar. Ich... Ich... Das ist echt... Also, du glaubst, da denkst du manchmal, du hetzt von einer an alleine. Verflucht. Bist halt auch gerecht. Ja. Ja, nee. Aber das heißt aufgelegt. Ich schau mal. Aber es ist einfach, ja. Nee, es ist halt... Es ist komisch. Ich kann das selbst überhaupt nicht erklären, warum das so ist. Das ist auch bei mir, bei Minecraft auch immer. Jedes Mal die Party aufnehmen muss, katastrophal. Schon merkst du, wie der Klumpen so in Hals sich bildet und... Ja, ja. Wächst und wächst. Und dann fängt die Stimme an. Wächst und gedeiht. Die Stimme hört sich dann so... Äh. Ja, als wäre man verkühlt. Das... Und das kratzt so leicht, also irgendwie. So, herzlich willkommen hier bei DayZ. Ich bin der Zombie, sowas. Und ich hab schon drei Flaschen Diske-Intus. Ja, weil da Zombies mitspielen. Die ich ja letzte Saison auf TeamSpeak gekommen, hat einer... Hat sich glaub Rango, das hat gesagt... Rango, ja. Bist du kank, oder was? Du hörst dich so komisch an, dabei hat dich nur erfroschen Hals. Ha. Weil das echt arg ist. Das ist so, wie wenn man nach ein... In der frühen nach ein Aufstehen reden anfängt. Ja, da ist bei Shira einmal, gell? Shira aufstehen. Da merkt sofort... Da merkt sofort, wenn er aufsteht. Der hört sich immer an wie so... Als hätte er so drei Flaschen Whisky und vier Packungen Zigaretten weggemacht. Ach, äh... Hatten wir nicht ausgemacht, dass nur nachts auf dem Gegrubarten gedüngt wird und nicht durchs Feld gefahren wird? Das Gesäte ist bereits gedüngt. Ne, ich hab hier noch, das ist gegrubart noch, das ist hier nicht gesät. Ja, aber wie gesagt, das Gesäte, wo schon gewachsen ist, da hab ich schon gedüngt, glaub ich. Ja, ja, nicht ganz. Du bist ja stecken geblieben. Aber ist halt nicht grad... Hey, ich fiel ein bisschen weiter links da, das wird knapp. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin gut, ich kann gut fahren, aber... Ja, da ich jetzt nicht wusste, wie die Breite war und nur noch so ein Streifen war und davon ohne was ist, bin ich halt da durchgekommen. Ja, weil jetzt... Ja, ich tu mal zuerst. Die Folge kommt doch morgen raus, also am Mittwoch, ne? Ja. Könnt man doch rein ruhig ankündigen, was wir am Samstag vorhaben? Ja, aber ich würde dich eigentlich gerade ansprechen, dass du... Ha! Kannst ja machen. Genau, äh... Unter welchem Kanal denn eigentlich, oder unter welchem Account? Ich schätze mal... Keine Ahnung, ist egal. Weiß nicht, vielleicht nimm... Mache ich das Eck, weil wollen wir das zusammen mal gucken. Wir sagen auf jeden Fall bei Adcrafter. Oder? Am Samstag, wenn ich richtig liege, wollen wir ein Livestream machen von LS. Damit wir auch hier dann schön weiterkommen mal. Ein bisschen Geld reinkriegen. Äh, das Ganze kriegt ihr dann beim Ad zu sehen. Ja, Link steht dann unten in der Beschreibung in den nächsten Videos, beziehungsweise vielleicht verlinkt ist dann da hier auch. Und wie ist das denn eigentlich jetzt, mal darüber abgesehen, wenn wir jetzt Facecam machen würden, gell? Ja. Und wir würden das so machen, dass wir quasi einen Skype-Anruf machen. Kann man dann auch filmen, ja. Und wir alle Video übertragen und du streamst das dann, weil dann geht das doch nicht auf meine Internetleitung, oder? Ja doch, Upload. Bei dir. Oh. Ein bisschen geht's ja auf deine Seite. Man müsste es mal testen. Ja. Aber es sollte nicht allzu viel sein. Können wir mal so ein Testings probieren. Dann können wir ja dann alles mit... Alle Mann Facecam und fertig. Oh. Und oben ne Reihe nur Bilder von uns. Genau. So ein Fatzen. Genau. So blöden Gesichter, die eh keiner sehen will. Genau. Ne, aber auf alle Fälle Samstagabend. Mein wunderhübsches, bärtiges Gesicht, das ist ja... Keiner meiner Abonnenten kennt mein Gesicht bis jetzt. Äh, das ist ja... Schämst du dich nicht? Jeder meiner Abonnenten kennt mein Gesicht. Sogar in drei verschiedenen Charakteren, ne? Meine dicke, meine, meine dicken behaarten Backen, die sind einfach zu sexy. Genau. I'm sexy and I know it. Da muss ich dich ja zensieren, ey. Ja. Da muss ich dein Gesicht zensieren, ey. To sexy. Genau, die sind blazen Balken quer übers Gesicht. Nein. Da schreibe ich dann rauf, zu sexy für euch. Hier, hier hinter verbirgt sich ein Gesicht. Genau. Das mach ich aber dann echt, warte. Ich hab halt nicht so ne schöne Webcam bis jetzt wie ihr. Und? Na schön ist die, schön ist die auch nicht, die ich hab, aber... Boah, schön. Könnt besser sein. Ich hatte erstmal andere Sachen im Vorderrang bis jetzt. Hat irgendeiner eigentlich nen Timer laufen? Ja, hab ich. Ja. Okay. Auf Nylod ist Verlass. Ich würde es mal vergessen. Ja, ich vergesse, dass es so immer ist, egal. Ja. Ja. Aber es passiert mir auch schon manchmal so. So. Willst du nachschauen, was sagt denn die Zeit so? Und? Ach, scheiße. Gar nicht heimangehabt. Fackelt. Ja, wie lange machen wir denn jetzt noch? Ja, auf jeden Fall wird der Livestream auf Twitch stattfinden. Aber genau, es wird ihr noch, werdet ihr noch erfahren. So. Ich lebe mich mal zurück. Auf jeden Fall Samstagabend. Genau. Ne, Samstagmorgen so um 0 Uhr beginnen. Ich schätze mal 17 Uhr oder sowas, oder? Ich glaube eine gute Zeit. Von 17 Uhr bis 17 Uhr. Ja. Kein Problem. Ja. 24 Stunden Livestream, oder? Ja, das wärs auch mal. Ja, wenn ihr dabei seid, Leute. 8 Stunden, 7 Stunden, 6 Stunden, 24. Mirrele. Ja, ich würde mal sagen, wir legen da keine Zeit fest. Wir machen das einfach anhand dem Fest, wie die Leute sich da beteiligen. Genau. Wenn die Leute Bock haben und sind nachts um zwei noch da, dann rocken wir halt durch, würde ich einfach sagen, oder? Ja. Ich muss noch Bescheid gehen, dass ich Energy brauche. Ich schätze mal, wir werden aber den ein oder anderen neuen mitspielen lassen, oder? Die wir bereits so besser kennen. Vielleicht spielen wir auch. Wir könnten ja auch ein Ding starten. So ein Spiel. Vielleicht haben wir Lust, mit ein paar Zuschauern mitzuspielen. Wir können natürlich auch mal wieder eine Runde Counter-Strike smashen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, es ist bei Livestream schwierig. Oder zum Beispiel mal irgendwas anderes. Es muss ja jetzt nicht 10 Stunden lang LS sein. Ja, wir richten uns einfach nach den Leuten. Ja, 9 Stunden reichen auch. Ja, natürlich, dass ich ja ziemlich viel uploaden muss durch Video und Stream. Dann ist halt mein Ding warsch. Oder wir gehen zwischendurch einfach mal alle Mann auf irgendeinen Minecraft PvP-Server und hauen uns mal die Schnauze an. Genau. Ja, das können wir ja machen. Ja, genau das wir dran machen. Ich war ja fleißig, ne? Ja, da können wir mal alle User mitmachen und jeder Trend drauf und dann... Nochmal Party. Und warum kommen wir denn nochmal am besten Test auf dem PvP-Server durchschauen? Ja, dann kennen wir das als offizielle Eröffnung nehmen. Genau, dann machen wir das nochmal Eröffnung zu nehmen. Also, Samstag PvP-Server. Mein Kopf. Menschen, hier kommt eine Schlagzeile nach der anderen. Nein, doch die, ey, neu eröffnet. Naja, hoffentlich wird man da nicht erschlagen bei soviel Schlagzeilen. Naja, das kann schon mit ins Gesicht gehen. Können wir jetzt anfangen, wir machen jetzt einfach bis 10 Uhr einen Livestream so. Oder nimm jetzt bis 10 Uhr einen. Ja, das ist genau. Eins, eins machen wir nicht, gell? Wir laden nicht den ADAC'ern. Nein. Die Fakten sind falsch. Sonst verwertet er noch unsere, genau, sonst verwertet er noch unsere Sachen falsch. Sonst darf ich meinen Schlüter nehmen mehr fahren. Genau, weil mein Mähdrescher wäre dann nicht tauglich, wahrscheinlich. Ja, nein, das können wir machen. Das... Den ADAC'ern wir da lieber raus, dann haben wir mal lieber einen anderen Abschnittdienst. Ja, ja. Da las ich den, da las ich den stehen und kaufen wir einen neuen. Ich hab auf Facebook vorhin gelesen, äh... die Temperaturen für Mohan. Ah, ja, genau, ja. Wo 27 Grad und so ein Scheiß und dann stand da drunter. Ach so, ne, sorry, das waren die Angaben vom ADAC. Genau. Ja, die haben wohl mit viel Mist verbockt, hier, oder? Ja, ganz ordentlich, also... Sind ja bei uns der Größte? Ja, bei uns ist das ÖMDC ja dasselbe. Ja, die gelben Engel. Naja, die wären jetzt so schwarze Engel wahrscheinlich. Aber andererseits, wie ich schon vorher zu viel gesagt hab, die Leute brauchen sie sowieso, also... Ja, das war wirklich der Größte. Und man kann sich auch so eigentlich auf die verlassen, dass die jetzt da ein bisschen, weiß ich mal, ein Fauxpas geleistet haben, ein bisschen, äh... Ja, das ist zwar scheiße... Aber ich sag mal, die Arbeiter an sich, die können nix dafür, die fast wirklich das Auto reparieren oder bei Banda sind. Die sind speziell, da kann man nix sagen. Ich denke, da sind die Chefs. Weiß eigentlich jemand, wie das überhaupt jetzt ans Licht gekommen ist, das Ganze? Ich hab das nicht so ganz mitbekommen. Das hab ich auch nicht so ganz. Ich hab nur gemerkt, aha, irgendwas mit der ADAC. Ja, irgendwie ist er zurückgetreten. Hm. Hm. Und was war da ja? Muss der ja... Irgendjemand haben sie gekündigt, der angeblich da der einzige Schuldige war in der ganzen Sache. Ja, und der hat wahrscheinlich gebloodert, wa? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Das hab ich noch nicht zuhören. Wie, das war wahrscheinlich Edward Snowden. Ja, der hat wieder alle Geheimnisse rausgekommen. Der hat nicht nur NSE verraten, der hat auch unseren ADAC verraten. Genau. NSE hat ADAC ausspioniert. Edward Snowden hat's bemerkt. Ah, Facecam will ich mir denn auch noch zulegen. Bin ich aber noch. Ja, hast du noch Zeit, bis sonnartig zu kommen? Ja, noch. Ja, hast du noch Zeit, bis sonnartig zu kommen? Dahin kaufe ich mir keine Notebook. Oh, aber die Zuschauer wollen dich sicher schön sehen. Wir wollen den Neuner 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 sehen. Wenn sie schreien, sie wollen, dann haue ich meine alte erstmal ran. Ja, ist besser so nix, sag' ich mal. Was haust du denn? Alter, ja. Wo ist sie denn da? Booty, komm mal her, Alter. Booty, komm, schau den mal hier rein. Oh, ich hab ja damit auch meinem Bruder so Nummern im Handy eingespeichert. Da gibt's ja Home-Privat und so'n Scheiß. Booty, jetzt kann ich nur noch privat dir eine reinhauen. Booty, jetzt kann ich nur noch privat dir eine reinhauen. Oh, das war fällig, ey. Ja, nein, geht nicht, nein, nur noch privat kann ich dir eine reinhauen. Ja. Dann würde ich sagen, könnte ich... Ich frage, als ich gerüttelt habe, was das war. Könnte ich... Könnte euch... Könnte euch schön auf Samstag freuen, vielleicht kommt die eine oder andere Überraschung, wer weiß. Acht, sieben, sechs, fünf... Und für die Leute, die eventuell mitspielen wollen... Vielleicht... Wir nehmen Hauptsache die Leute, die bei uns bereits schon in DS bekannt sind und sowas so. Mal in DS vorbeischauen und quatschen. Könnte nicht schauen. Das erhöht die Chance, dass ihr mitmachen könnt. Da weiß man wenigstens auch was ich einlässt. Kann ich euch was Schlimmes sagen? Ja, die Zeit so. Die 20 Minuten sind um. Ja. Na ja, dann... Ja. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen, Leute. Da geht immer so schnell. Ja. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Bye-bye.